Mit der gemeinnützigen Rettungsdienst GmbH werden seit dem 1. Januar vergangenen Jahres die Notfalleinsätze und Krankentransporte im Landkreis Barning abgesichert. Gut ein Jahr nach dem Trägerwechsel von DRK und Johanniter. In die Hände des Landkreises Barning konnte jetzt eine positive Bilanz gezogen werden. Nicht nur die geforderten Rettungsfristen werden eingehalten. Auch finanziell begibt sich der Landkreis mit seinem Rettungsdienst in ruhiges Fahrwasser. Ja, Sie wissen ja, es ist ja auch lange Zeit durch die Zeitung gegangen, dass gerade der Rettungsdienst uns große Sorge gemacht hat, weil wir es nicht geschafft haben, die Wirtschaftlichkeitsgebote, die ja verständlich von den Kassen gefordert werden, mit einem vernünftigen Rettungsdienst im Landkreis in Übereinstimmung zu bringen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, die Leistung selbst zu erbringen als Landkreis. Und die Bilanz heute ist sehr positiv. Wir haben sowohl die gesetzlichen Hilfsfristen nicht überschritten, als auch Einsparungen im Bereich des Aufwandes erreicht. Und ich glaube, das hat sich gelohnt, diese Diskussion auch in dieser Schärfe zu führen, weil wir jetzt auf einem guten Weg sind.